Ey Leute, was geht ab? Wir sind hier auf YouTube bei Dima auf dem Account Moin Moin Jungs Zusammen mit Sidney Burling Und heute machen wir motherfucking Tattoos Brrrra Und die Gesichtstattoos macht heute Galaxy für uns Wuuuh Und zwar lasse ich mich bemalen wie XXXTentacion und so sieht er aus Moin Meister Moin Meister Also so reinbearbeitet Okay Leute, ich habe Dima jetzt seit Anfang nicht mehr gesehen Dima, ich gucke dich jetzt an und ich hoffe, ich sehe jetzt nicht XXXTentacion vor mir Boah Ich habe keine Ahnung wie der aussieht, aber es sieht ziemlich nice an Aber er hat ja auch gelbe Haare Ne Oh shit, was ist denn das? Hallo? Oh Mama Dima Ich habe dir gebracht, wie viel möchtest du probieren? Russische Süßigkeiten Marshmallow russisch, ja Die sind aber alle angebissen Probier Okay Lecker Schmeckt sehr gut Ja Ja Ich bring sofort neu Ja 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 Aber sehr lecker Gastron, wir müssen jetzt unseren romantischen Moment haben Komm her Bruh Du kassierst echt nur Körbe Wenn you try your best Selbst von einem Hund Der Coop Damn, Galaxi, dass du geil hinbekommst Sehe ich aus wie ex? Schreibt es in die Kommentare Damn Du bist doch Dima When you try your best Checkt ihr auf jeden Fall auf Instagram ab, sie ist tätowieren, wenn ihr ein Goldes Tattoo wollt Okay, wie man hier perfekt sieht, ey, sie kann das richtig gut, sie ist auch eine professionelle Tätowiererin Und jetzt möchte ich, ich möchte einen richtig krassen Totenkopf auf meiner rechten Wange haben Das kriegst du bestimmt hin, oder? Ja, kann man machen Also, perfekt Und das ist so, so einen Totenkopf, welcher haben Ja, ich achte Angst Ja, ich achte Angst Ja, ja Ja, ich achte Angst Ja, ja Shit, Alter Das ist ja ein richtiger Scheiß Das war ja ein Superton-Kraft Wow, ey Alter, die sieht richtig gut aus Das Original-Größe Also, das, das Enel Diamond, oder? Ja, meinem Ja, meinem Totenkopf Ey Leute, was ihr nicht über mich wusstet, ist, dass ich super gut zeichnen kann Ich habe Kunst, äh, immer Einsen gehabt, kann einfach super gut zeichnen Also, du kannst dich mal richtig gut zeichnen Richtig gut Hey, kannst du mir irgendwie sowas nicht geiles zeichnen? Natürlich Was kannst du gut zeichnen? Was ich gut zeichnen kann? Was kannst du gut zeichnen? Adler Juni, ich wollte schon immer einen Adler auf der Wange haben Also, ne, mein Schmerz möchte ich jetzt einen Adler haben Das glaube ich dir jetzt irgendwie nicht, aber wie lange brauchst du dafür? Boah, ich glaube, das wird jetzt schon locker so 50 Minuten dauern 50 Minuten und du bist in zwei Sekunden fertig So was, ich hab Zeit Alright Leute, jetzt bin ich gespannt Oh, ey, das, äh, oh Oh, okay Schon fertig? Ja Oh shit, ey, den Adler hab ich gesehen Krasser Shit Boah, krasser Adler Dima Dima Spielst du schon wieder PS4? Ja Ist das Fortnite? Ja Ne, 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 du machst jetzt hier was im Haushalt Dima Du spinnst doch Ist das dieser Vlog? Guten Tag Leute Ihr solltet definitiv Sydney, Bernie und It's Dima auf Instagram folgen Ey, jetzt mach dein Chase Haushalt, ey Spiel ich ein bisschen Fortnite Wenn mein Mama Dima auf Wisch bestellt Alle Leute, alle Leute sind Dima bleibt dabei wie Mbappé